Warum nimmst du nicht deinen Laserblick, Papa? Dann wären die Brötchen längst fertig. Laura sitzt mir gegenüber am Tisch und schaut bei der Frage nicht Papa Ray oder die Brötchen im Backofen an, sondern mich. Ah, entschuldige, wir machen ja auf normal, damit der arme kleine Leon sich nicht ausgegrenzt fühlt. Ich glaube, große Schwestern haben einen inneren Wecker, der sich meldet, wenn sie ihren Frust nicht alle zwei Minuten an ihrem Bruder auslassen. Wir haben das besprochen, meldet Mama sich von der Spüle. Oder Ice Madam, wie sie von ihren Fans und Gegnern genannt wird. Papa, du und ich sind außergewöhnlich und fantastisch, aber zu Hause können wir uns benehmen wie jede andere Familie auch und... Ah, Mist. Ice Madam steckt fest. Das passiert ihr häufiger, seit sie und Papa Ray mir beweisen wollen, wie normal sie sein können. Wenn Ice Madam sich dabei nicht hundertprozentig konzentriert, machen ihre Superkräfte, was sie wollen und frieren das Spülwasser ein. Ice Madam wirft Papa Ray einen hilfesuchenden Blick zu. Papa strahlt zurück. Er hüpft von einem Bein aufs andere. Ein Notfall, oder? Papa steht auf Notfälle. Typisch Superheld. Echte Notfälle sind zurzeit aber selten. Alle Oberschurken hocken im Gefängnis. Den Superhelden bleibt nichts anderes zu tun, als den Blättern im Park vor ihrer Zentrale beim von den Bäumen fallen zuzugucken. So hat Laura sich ihr Berufspraktikum nicht vorgestellt, klar. Deshalb schlägt ihr Nörgelwecker wieder Alarm und sie zischt mich an. Der einzige Notfall hier bist du, Leon. Noch finsterer als Lauras Blick sind mittlerweile nur die Brötchen im Backofen. Papa ist aber voll mit dem Eisblock im Spülbecken beschäftigt und bemerkt das nicht. Er schaltet seinen Laserblick ein und schmilzt das Eis. Kleine Plastikstücke unserer Müsli-Schüsseln treiben an die Oberfläche und zerfließen blubbernd. Das Wasser brodelt und färbt sich grün. Ice Madam zieht die Hände heraus. Alles bestens. Alles normal. Normal. Logisch. Warum bin ich dann der Einzige, der um diese Uhrzeit noch im Schlafanzug in der Küche sitzt? Papa Ray, Ice Madam und die unfassbare Laura sind schon lange vor mir mit einem Fanfarentröten aus den Betten gesprungen. In ihren Gummianzügen. Sie haben noch nicht die Zähne geputzt, aber blenden mich beim Grinsen schlimmer als jeder Autoscheinwerfer. Und kaum bleiben sie drei Sekunden auf einer Stelle stehen, weht eine Herbstbrise durchs Haus und bauscht ihre Capes auf. Aber damit muss ich leben und halte mich so gut wie möglich aus dem Superkram heraus.